Das ist er also, der neue Nissan Qashqai, die unbestrittene Cash Cow aus dem Konzern. Das Erfolgsmodell von Nissan fährt nun in der dritten Generation auf den Markt. Nissan schreibt sich selbst auf die Fahne, das Crossover-Segment mit dem Qashqai erfunden zu haben. Das war im Jahre 2007. Nun sind über drei Millionen Qashqais vom Band gelaufen. Zeit für ein Upgrade, oder? Damit hallo und herzlich willkommen zu VoiceOvercast News. Ich habe hier mal die wichtigsten Fakten, die derzeitig bekannt sind, für euch zusammengefasst. Dabei habe ich zum aktuellen Zeitpunkt nur ein paar Fotos für euch, aber das muss erstmal reichen, um euch mit Informationen zu füttern. Obwohl unverkennbar in seinem Styling, sei die dritte Generation muskulöser, schärfer und moderner geworden. Äußerlich ist die verbesserte Karosserie des Qashqais zielstrebiger, mit markanten Schulterlinien, einem verlängerten Radstand und imposanten 20 Zoll Leichtmetallrädern, die übrigens zum ersten Mal im Qashqai eingeführt wurden, ausgestattet. Meine Quelle ist übrigens die Pressemitteilung, das nur zur Info. Der Radstand des Fahrzeugs ist um 20 Millimeter gewachsen, die Gesamtlänge um 35 Millimeter, die Höhe ist geringfügig gewachsen um 25 Millimeter und die Breite hat um 32 Millimeter zugenommen. Das soll die Präsenz auf der Straße verbessern. Wer also immer sagt, die Autos werden immer größer, hat nun beim Qashqai sogar recht. Der neue Qashqai ist 4,43 Meter lang, ohne Außenspiegel 1,84 Meter breit und 1,64 Meter hoch. Dabei verfügt er über einen Radstand von 2,67 Meter und ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass der den Insassen zugute kommt. Die Frontpartie des neuen Qashqais ist mit seinem vergrößerten Nissan V-Motion-Kühlergrill ausgestattet, der in Chrom ausgeführt ist und mit einem sekundären Nadelstreifen aus satinierten Chrom seine Präzision unterstreichen soll. Ja, sowas steht tatsächlich in der Pressemitteilung. Flankiert wird er von schlanken Voll-LED-Matrix-Scheinwäffern mit Bumerang-Signatur und Tagfalllicht. Super enge Spaltmaße zwischen all diesen Details sollen einen hochwertigen und präzisen Eindruck hinterlassen. Die Frontbeleuchtung des neuen Qashqais wurde im Vergleich zum eigenen Vorgängermodell weiterentwickelt und zeigt dank des Einsatzes von LED-Technologie ein schlankeres, schärferes Design und zu den Highlights kommen wir später noch. Die neue Generation des Qashqais wird erstmals, wie gesagt, mit 20 Zoll Leichtmetallrädern im Diamantschlift erhältlich sein. Vorher war bei 19 Zoll Schluss und die Kunden schätzten bis dato auch immer die persönliche Note. Deswegen wird der neue Qashqai in elf Karosseriefarben mit fünf Zwei-Farbkombinationen erhältlich sein, sodass insgesamt 16 Varianten zur Wahl stehen. Auch im Innenraum hat sich etwas getan. Der vernetzte, komfortable und souveräne Innenraum des neuen Nissan Qashqai soll nämlich neue Maßstäbe im Segment für Premium-Anmutung, unverwechselbares Design und verbesserte Benutzerfreundlichkeit setzen. Die neue weiße Ambientebeleuchtung zum Beispiel, die im gesamten Innenraum zum Einsatz kommt, soll eine beruhigende und entspannte Umgebung schaffen. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die ergonomische und ästhetische Qualität der Schalter und Knöpfe gelegt, die sich hochwertig anfühlen sollen und dem Benutzer ein Gefühl von Vertrauen und Raffinesse vermitteln. Der neue Qashqai bietet ein fortschrittliches Infotainmentsystem mit einem breiten Portfolio von vernetzten Diensten, darunter die mühelose Integration von Smartphones, Fahrzeuginternes WiFi für bis zu sieben Geräte und Nissan Connect eine spezielle App, mit der man mit dem Fahrzeug interagieren und es überwachen kann. Das größere, höher auflösende 9 Zoll Display von Nissan Connect ist ein digitales Tor zur Navigation, Entertainment und Fahrzeugeinstellung und ist sowohl mit Android Auto als auch mit Apple CarPlay kompatibel, wobei jetzt auch drahtloses Apple CarPlay eingeführt wurde. Halleluja! Ein neuer hochauflösender, vollelektronischer 12,3 Zoll TFT-Multi-Informationsbildschirm bietet eine Auswahl an konfigurierbaren Layouts zur Anzeige von Navigations-, Unterhaltensverkehrs- oder Fahrzeuginformationen, die alle über einen neuen Drehschalter am Lenkrad gesteuert werden. Ein Drehschalter am Lenkrad, da muss man schon fast Danke für sagen bei den ganzen Touchflächen, die man sonst so hat. Ein innovatives neues 10,8 Zoll Head-Up-Display und das finde ich wirklich ist ein Highlight, bietet die größte Bildgröße in diesem Segment. Wichtige Navigations-, Fahrerassistenz- und Straßeninformationen werden so immer ins Sichtfeld des Fahrers bzw. auf die Windschutzscheibe projiziert und man hat das alles direkt im Blick und muss den Blick nicht mehr abwenden und das finde ich grandios. Die Home-to-Car-Skills sind mit Google-Assistent und Amazon Alexa-Geräten kompatibel. Das System unterstützt eine breite Palette von Befehlen einschließlich der Möglichkeit für den Fahrer, Ziele an die Navigation des Fahrzeugs zu senden, indem er mit seinem Smart-Gerät spricht, wodurch die Zeit für die Eingabe des Ziels minimiert wird. Über die Smartphone-App Nissan Connect sind Fahrzeugsteuerungsfunktionen wie zum Beispiel die Fernsteuerung von Hupe und Licht sowie Fernverriegelung und Entriegelung der Türen möglich. Außerdem können intelligente Warnmeldungen eingestellt werden, zum Beispiel die Geschwindigkeit, Zeitzone und so weiter. Ihr könnt da sicherlich in der Zukunft einiges erwarten. Wenn der Fahrer die Navigation seines Telefons nicht nutzt, kann er auf 3D-Maps und Live-Traffic zugreifen. Das erweiterte Navigationsfunktionen wie Over-the-Air-Karten, Aktualisierung, Echtzeit, Verkehrsbedingungen, Google Street View und Kraftstoffpreise enthält. Eine Tür-zu-Tür-Navigation ist ebenfalls über die App verfügbar, einschließlich einer My Car Finder-Funktion. Wer kennt es nicht, ihr habt das Auto irgendwo in der fremden Stadt abgeparkt und wisst dann irgendwann nicht mehr, Mist, wo steht eigentlich mein Auto? Die Konnektivität erstreckt sich auf alle Insassen, denn die Konsolenbox bietet jetzt vorne und hinten USB-Ladeanschlüsse mit USB-A und USB-C-Anschlüssen. Der neue Qashqai bietet dem Fahrer weiterhin ein souveränes Gefühl für seine Umgebung mit verbesserter Sicht nach vorne, zur Seite und nach hinten. Zu den Verbesserungen gehören ein größerer Öffnungswinkel der Windschutzscheibe, ein dünneres Design der vorderen Säule und Seitenspiegel, die an der Tür statt an der A-Säule angebracht sind, was die Bereiche mit verdeckter Sicht reduziert. Der längere Radstand des neuen Qashqai schafft in Verbindung mit einem effizienten Packaging noch mehr Raum für die Nutzer. Ha, hatte ich am Anfang ja recht. Die Kniefreiheit für die Fond-Passagiere ist um 28 mm auf insgesamt 608 mm gewachsen, wobei mehr Abstand zwischen Fahrer und Beifahrer geschaffen wurde. Ja, Abstand ist auch im Auto wichtig, ne? Flatten the curve. Die Kopffreiheit vorne und hinten ist dank der geringflügig gestiegenen Ausmaße um 15 mm gewachsen. Eine elektrisch betriebene, freihändig bedienbare Heckklappe macht den Zugang zum Kofferraum mühelos, wenn die Hände alles andere als frei sind. Das Kofferraumvolumen ist gegenüber der Vorgängergeneration um mehr als 50 Liter gewachsen, was unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass der Ladeboden durch die verbesserte Auslegung der Hinterradaufhängung, kommen wir gleich nochmal zu, um 20 mm abgesenkt wurde. Beliebte Merkmale des Vorgängers, wie zum Beispiel die seitlichen Stauffächer über den Radkästen und das flexible Luggage-Sportsystem, bleiben aber erhalten und werden für das neue Modell mit neu geformten Brettern sowie strapazierfähigem Teppich auf der einen und abwischbaren Kunststoff auf der anderen Seite verbessert. Doch weißt du eigentlich, was mich am meisten interessiert? Was kommt denn da jetzt endlich unter die Haube? Der neue Nissan Qashqai wird nicht nur mit einem 1,3 DIGT, Benziner mit Malt-Hybrid-Technologie, erhältlich sein, sondern stellt auch das Europa-Depüt von e-Power dar. Nissans angeblich innovativen und preisgekrönten Antriebsstrang, der auf Technologien des bahnbrechenden Erfolgsfahrzeugs Nissan Leaf zurückgreift und unterstützt damit Nissans Ziel, bis 2024 in Europa 50% elektrifizierte Fahrzeuge zu verkaufen. Ob das dann auch wirklich so ist, das werden wir noch sehen, kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber wir fangen erstmal vorne an. Mit 2 WD- und 4 WD-Varianten, 6-Gang-Schaltgetriebe oder dem neuen X-Tronic-Getriebe und reihem Elektroantrieb, wobei das rein, setze ich jetzt nochmal in Anführungsstrichen, dank e-Power, decken die Antriebsoptionen des neuen Qashqai jeden Kundenwunsch ab, wobei der Fahrspaß im Mittelpunkt aller Antriebskonfiguration stehen soll. Der 1,3-Benzinmotor wird mit zwei Leistungsstufen, nämlich mit 140 PS und 158 PS verfügbar sein, entweder mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe oder dem neuen X-Tronic-Getriebe, dann allerdings nur mit 158 PS angeboten. Die maximale Motorleistung liegt bei 5.500 Umdrehungen in der Minute an. Das maximale Drehmoment von 270 Nm liegt bei den 158 PS X-Tronic und High-Power MT-Varianten schon bei 1.750 Umdrehungen in der Minute an der Kurbelwelle an. 2WD ist für beide Varianten erhältlich, 4WD nur für die stärkere Version mit X-Tronic-Modell. Das neue 4WD-Steuerungssystem und der Fahrwahlmodus sind intuitiver und intelligenter und passen sich mit 5 Fahrmodi Standard Ecosport, Schnee und Offroad den äußeren Bedingungen an. Doch was ist jetzt mit dem E-Power-System? Der neue Qashqai bringt den ersten Einsatz dieses innovativen E-Power-Antriebssystems von Nissan nach Europa. Exklusiv für Nissan und eine Schlüsselkomponente in der Intelligent-Mobility-Strategie des Unternehmens ist das E-Power-System ein einzigartiger Ansatz zur Elektrifizierung, indem er das tägliche Fahren aufregend macht. So, und jetzt hört ganz gut zu. Das E-Power-System des neuen Nissan Qashqai besteht aus einer Hochleistungsbatterie und einem integrierten Antriebsstrang mit einem klassenführenden Benzinmotor mit variablen Verdichtungsverhältnissen von 154 PS, einem Stromgenerator, einem Wechselrichter und einem 140 kW Elektromotor von ähnlicher Größe und Leistung wie in den Elektrofahrzeugen von Nissan. Es ist eine einzigartige Lösung, die die angenehme nahtlose lineare Beschleunigung kombiniert, die für ein Elektrofahrzeug charakteristisch ist, aber ohne die Notwendigkeit des Aufladens. Na, habt ihr verstanden? Um den typischen Ansprüchen der europäischen Verbraucher und ihrer täglichen Fahrweise gerecht zu werden, wurde die E-Power-Anlage für den neuen Qashqai deutlich aufgewertet. Wobei die Anwendung im Note, also das ist in Japan das meistverkaufte Auto der letzten Jahre, ein 1,2 Benziner ist, kommt jetzt hier in Europa ein 1,5 Liter Benzinmotor mit einer Endleistung von 140 kW, das sind 187 PS, unter die Haube. Das heißt, dieser 140 kW starke Benzinmotor wird ausschließlich für die Stromerzeugung genutzt, um den Elektromotor, der ebenfalls 140 kW Leistung hat, mit Power zu versorgen, damit der diese Räder andrehen kann. Das bedeutet, dass der Motor immer im optimalen Bereich laufen kann, was zu einer besseren Kraftstoffeffizienz und geringeren CO2-Emissionen im Vergleich zu einem herkömmlichen Verbrennungsmotor führt. Aber ist das der Weisheit letzter Schluss? Was feststehen dürfte, dank des reinen Elektromotorantriebs gibt es keine Verzögerung wie beim Verbrennungsmotor und einen traditionellen Hybrid. Das sofortige Ansprechverhalten sorgt sicherlich für berauscht hohes Drehmoment und eine Beschleunigung auf bestem Niveau bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, was Überholvorgänge oder das Auffahren auf einer Autobahn einfacher und vertrauenserweckender macht. Ähnlich wie beim Leaf profitiert das Qashqai E-Power-System auch von dem E-Pedal Driving. Der Fahrer kann also starten, beschleunigen und verzögern, indem er nur das Gaspedal betätigt. Doch ist das nun ein Elektroauto? Ist es ein Hybrid? Macht das Ganze Sinn? Warum kann man den Akku nicht auch aufladen? Die Idee lässt zumindest bei mir viele offene Fragen. Ein Range Extender? Kann ich noch verstehen. Aber ein Elektromotor, der ausschließlich von einem Benzinmotor mit Strom versorgt wird? Nun, vermutlich muss man das erstmal fahren. Der neue Nissan Qashqai ist übrigens das erste neue Modell in Europa, welches auf der CMFC-Plattform basiert, die eine hochmoderne Automobilstruktur und Technologiearchitektur darstellt. Zum ersten Mal besteht die hintere Hektur des Qashqais ein Verbundswerkstoff, was übrigens 2,6 Kilogramm einspart. Die vorderen und hinteren Türen, die vorderen Kotflügel und die Motorhaube sind nun alle aus Aluminium gefertigt, was insgesamt eine Gewichtsersparnis von 21 Kilogramm gegenüber der Karosserie des bisherigen Qashqais bedeutet. Der Nettovorteil für die Kunden besteht darin, dass die Karosserie dank der fortschrittlichen Fertigungstechniken insgesamt 60 Kilogramm leichter und 41 Prozent steifer sind als die vom Vorgängermodell. Dies führt zu einem höheren Fahrkomfort und Verhalten und unterm Strich senkt das Ganze natürlich auch den Verbrauch und erhöht die Gesamteffizienz des Fahrzeuges. Der neue Qashqai soll auch weiterhin ein lohnendes Fahrerlebnis bieten. Die Servolenkung wurde überarbeitet und natürlich ziehen auch viele Assistenzsysteme ein, wie zum Beispiel ProPilot. Da haben wir dann einen adaptiven Tempomaten, wir haben ein Totwinkelradar, wir haben ein Spurwechselwarner, wir haben eine Lenkeingabekorrektur, wir haben ein Flankenschutzwarnsystem, eine Forward-Emergy-Breaking-System und, und, und. Also wirklich, das Ding ist voll ausgestattet mit Assistenzsystemen, die das Leben wahrscheinlich einfacher und sicherer machen sollen. Und dazu gibt es dieses neue Scheinwerfersystem. Der Lichtkegel ist in zwölf einzelnen Elemente unterteilt, die bei der Erkennung eines entgegenkommenden Fahrzeugs selektiv deaktiviert werden können. Dank dieser Innovation im Nissan Qashqai kann er nun einen helleren Lichtstrahl weiter und breiter projizieren, aber die Form ändert sich effektiv, sodass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden. So, jetzt bin ich wahrlich auf eure Kommentare gespannt. Was sagt ihr zum neuen Nissan Qashqai? Blenden schön? In Sachen Elektromobilität eher am Blender? Hot or not? Schreibt es mir in die Kommentare. Lass uns gemeinsam diskutieren, denn ihr wisst jetzt ganz genau, wo es so war Qashqai ist und bleibt keine Einbahnstraße. Bis zum nächsten Video. Euer Jens. Ciao. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.